Hier kann man eine schöne Hafenrundfahrt machen. Hier sehen Sie den Hafen von Kiel. Hier vorne, hinter dem großen Gebäude, ist so 700 Meter von hier direkt der Hauptbahnhof, wo man dann auch schön fahren kann. Hier sehen wir dann direkt die Gemeinde Leserbes. Hier stehen wir jetzt direkt davor. Ein super schönes Schiff, traumhaft, essen lecker.